Wie schlimm ist es doch, wenn die Frau am Nachmittag ins Dörfli geht und mir mein kleines Baby sanft in meine Arme lebt. Weiss ich nicht, was machen, auch nicht mit der grössten ist, dass das kleine Schätzchen, Baby, mit mir richtig zufrieden ist. Doch einig hab ich plötzlich dann eine grandige Idee, wo ich ein Inserat in meiner Tageszeitung sehe. Da steht auf dir doch eine schöne Ziehharmonika, ja so ein Instrument muss ich für das kleine Baby haben. Ich bin der Baby-Sitter mit der Ziehharmonika und spiele für mein Baby, wenn er es nicht gerade schlafen kann. Doch manchmal bin ich müde, spiele ich halt auch nicht mehr mehr. Ich reiche mein kleines Baby. Doch einig hab ich plötzlich dann eine grandige Idee, doch einig hab ich plötzlich dann eine grandige Idee. Wenn ich ein Inserat in meiner Tageszeitung sehe, da steht auf dir doch eine schöne Ziehharmonika, ja so ein Instrument muss ich für das kleine Baby haben. Ich bin der Baby-Sitter mit der Ziehharmonika und spiele für mein Baby, wenn er es nicht gerade schlafen kann. Doch manchmal bin ich müde, spiele ich halt auch nicht mehr mehr. Ich reiche mein kleines Baby. Ja, ich bin der Baby-Sitter mit der Ziehharmonika und spiele ich stuffed. Vielen Dank.